. 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 Ah, ein ganzes Rudel. Ich werde verrückt. Okay, wir müssen die ablenken. Was habt ihr dieses Mal für mich? Can I help you? Ähm. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Das will ich für Zauber hier noch. Vielleicht sind Waldgeschöpf rufen. Äh, das kann nie schaden. Und ein paar magische Geschosse können auch nicht schaden oder Feuer. Ja, erst mal Schaden machen. So, davon da kommt nix. So, wer schießt denn da? Ihr habt eine Aufgabe? Yes. Yes. Ach, Kellett war das. Ja, okay, du musst mal angreifen. Nahkampf bitte. Warte. So, und Corwin, so solltest man die Position. Ähm, ja. Du kannst dann nicht schießen von da. Aber bessere Pfeile am besten. Zumindest hier diese magischen. Und dann wird sie angegriffen. Noch nicht. Mal gucken, dass die Luft hier rein ist. Das sind nämlich ziemlich viele Wölfe. Okay, will man schaden? I hear. Au! Und wir müssen ihn nachher mit Feuer. Oh, was kommt denn da? Ein Riesenmonster. Watschelnder Komposthaufen. Also Corwin, du kommst jetzt mal da weg. Yes. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Jahira, wo bist du da hinten? Was kannst du noch zaubern? Jahira, du machst jetzt mit im Kampf? Was haben wir noch für Kugeln hier? Kugeln plus eins. So, dann hoffen wir, dass Corwin wegkommt. Okay, genau seht ihr noch was, wenn ich ganz übel. So, wer steht hier im B? You want wo? Minz muss natürlich mithilfen. Okay, und dann müssen wir gucken, was das hier von Freak ist. Wandeln da? Was war das? Watschelnder Komposthaufen. Cool. Sehr cool. Okay, wir müssen ein bisschen Damage machen, denke ich. Oh, es hat ein... Calus festgehalten. Ein Zustand. Ja. Wovon denn? Von dem Komposthaufen? Ja, von den Wölfen bestimmt nicht, oder? Oh, blöd. Ja, was wollt ihr? Ja, ist nicht zu unterschätzen, diese... What? ...Bölfe. Ja, oh allgegenwärtige Autokratät... Okay. Ha! My aim is true! Oh! Mein Gott. Hä? Nein, 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 nein! Okay, hier ist der Schirm von Deine hier. Sehr schön. Aber Kelly, der ist festgehalten und... Ah! Kann nichts machen. Den müssen wir heilen. Wie können wir ihn heilen? Moment, wir haben doch hier die Nymphe. Hä? 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 Was hat die für einen Halszauber? Die Rinden haut auf... ...und das hier? Rinden haut auf... ...Kellett. Das wäre nicht schlecht. Ähm... Ihr habt eine Aufgabe? Ja, und wir müssen Kelle teilen. Geht nur mit Berührung. Muss sein. Was habt ihr dieses Mal für mich? Hm, what? Oh! Das Ding haut Kellett... ...windelweich. Wow! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, das bin too long since Minsk journeyed with such a fire. Ah, Kelle ist es erwischt. Vampir Wolf? Ach, das sind doch Vampir Wölfe. Das sind ja noch schlimmere Dinger. Mein Gott, was ist das für eine Gegend hier? Kelle ist erwischt. Ja, was wollt ihr? Dieser Komposterhaufen, der ist übelst. Yes. Wirklich übelst. Tja, was zaubern wir? Kriegen wir das hier noch gebacken? Ähm, ja, nur Kelle ist das erwischt. Tja, Nymphe. Kommst zu spät. Aber vielleicht können sie ihn doch noch heilen. Äh... Rittenhaut wollte ich ja nicht machen, aber hm. Ja. Rettungswurf gegen Tod. Jahira. Oh, oh. Oh. Go ahead. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaub wir brauchen mehr Damage. Ah. Vor allem dieses Komposterhaufen müssen wir loswerden. Ja. Sieht nicht so gut aus. Der Kampf ist auch heftig. Hä? Der Sonschlag ist ja völlig umzingelt. Von Würfen. Ich höre. Hm? Okay. Dann nachher. Du musst Damage machen auf. Feuerball geht nicht. Monster herbeizaubern. Drei. Ist ja auch nicht schlecht. So was. Und wir müssen das Vieh killen hier. Also es kommen wir nicht weiter. Trouble? Ja. Trouble. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja. Wir müssen diesen Freak killen. In diesen Komposterhaufen. Eich. Eee. Das ist nicht so leicht. Ja. O allgegenwärtige Autoritätspersonen. Eich. Eich. Massenheilung machen? Oder hat sie das schon? Ich glaube das ist jetzt Massenheilung. Ja. Geht ein bisschen brenzlig. Vereinbarung von Linz. Wo? Ihr habt eine Aufgabe? So haben wir noch Heilszauber. Siegen. Nicht wirklich. Und? Geht ein bisschen eng. When danger calls. Minsk answers. Sword first. Es wird ein bisschen eng hier. Er gibt keinen Haltring wie man da gefesselt ist. Ja. Äh. Donnerschlag. Kannst du den angreifen hier? Kommst du da weg? ich glaube nicht oder doch ja du könntest minskrallen durch berührung gehen das geht das mindestens rindenhaut mir hier haben wir noch nachts aber ja wenn das geht ja geklappt so sonderfähigkeit gezielter schuss sowas können wir noch tun was wollt ihr wir kommen nicht weiter hier vielleicht noch rindenhaut auf minsk bei wish for intelligence conversation so du kannst du mal mit kugeln werfen hier deine hier genau es kommt da noch was und käfer sind das für eine gegend hier bitte schön er muss doch mal sterben so auf mir der nervt ich bin bis zu den zernen bewaffnet und habe einen hamster bei mir alle minz spricht deutsch unter dem schlag was geht hier ab so korrigieren die beste mit dem mann was haben wir noch auf lager hier blitzstrahl aber ich glaube da trifft man auch verbündete im zweifelsfall sonnenfeuer seine explosion es passt nicht so was kannst du machen zauberst noch was habt ihr dieses mal ja kellett müssen wir wieder erwecken und es sind noch so viele wölfe hier wir haben ihn wir haben ihn das ist gut ja was wollt ihr boah 6000 das war ein ganz schöner klotz hier so jetzt auf die wölfe aber mal die käfer auch ätzend aber ich glaube die wölfe sind schlimmer was können wir noch zaubern nicht mehr viel jetzt mal die killen hier die wölfe ich glaube wir müssen sie mit feuer auch noch vernichten wir brauchen mal so langsam am liebsten würde ich fliehen hier von der karte nervt aber wir müssen ja kellett mitnehmen dann ich hier dann und dann Wenn in diesem Wald ein Baum gefällt wird, töte ich den Schurken, der es getan hat. Das ist wirklich eine ekelhafte Karte hier, muss ich sagen. So, wir machen langsam Fortschritte. So, so sehr unübersichtlich das Ganze hier, aber wir müssen weiterkommen. Ach, die Nymph ist ja auch noch da, was können die denn noch? Was ist denn das? Rindenhaut auf. Minz, ich weiß nicht, ob der noch welche hat. So lieber doppelt. Okay, es macht dünnerschlank. Nichts ist nicht gut. Der Käfer. Ja, er ist die Würfe. So. Ja, der Käfer greift da noch an. Er hat einen Schlag, du musst den Käfer ausschalten. Was habt ihr dieses Mal für mich? Das ist blöd. Und es wird sehr eng. Ich bin ein Ranger. Ich will, zu rangen. Ähm. Ihr habt eine Aufgabe? So, was haben wir denn hier noch? So. So, der Käfer ist weg. Sehr schön. Wirklich widerlicher Kampf, muss ich sagen. Für die Gefallenen! Ah, ne. Ja? Was wollt ihr? Du hast es so gewollt! Ach ja, genau. Ähm. Deine hat ja auch noch Feuerzauber. Die Schreckungswölfe muss man mit Feuer ganz killen. Hier mit, ähm. Wie hieß es jetzt? Aber nochmal? Metroiden. So. Genau. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Bäm. Na, stirb endlich. Äh. Nicht mit. Boah, die gehen aber schnell weg hier. Und? Whatever thy wills. Deiner Schlag. Kill den Wolf. Hä? Tippt ihr nicht? Wer ist denn noch eine Feuerkugel hier? Moment. Ähm. Deiner hier. Du hast noch einen Zauber hier. Done and done. Irgendwas mit Feuer. Bremende Hände? Ich glaube, das war's. Äh. Aber wir müssen Kellett wieder erwecken. Und wer kann es? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Mit. Ruf der Hafner. Ein spezieller Spruch. Das können nur die Hafner. Und, äh. Sie muss ein bisschen was von ihrer Lebenskraft abgeben. Aber, was würde sie nicht tun für Kellett? So Kellett. Ha? Achso, da musst du die Ausrüstung noch aufsammeln wieder. Mein Gott. Er hat keine Ausrüstung mehr. Nackt. Geh, wenn's nur das ist. Alles verloren. Zuerst mal ein Heiltrank. M-Me? Kann er noch nicht? Moment. P-Problem? Doch. Ganz schön angeschlagen. So, er muss alles mitnehmen. Was gehört eben denn alles? Und Ausrüst natürlich. Ähm. P-Problem? Ging nicht. So, wir ziehen dich wieder an Kellett. M-Me? M-M. Okay. M-Waffe wäre nicht schlecht. So, wir sind halbwegs kampftauglich. So, was haben wir denn hier alles? Pfeile können wir noch einsammeln. Ich werde jetzt mal speichern, bevor noch mehr Monster kommen. Ja, ist gut, wir haben nichts zu fragen hier. Ich brauche nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. Bin euch weit voraus, Chef. Yes? Alle voll. Can I help you? Sorry. If none are better. Okay, was haben wir denn noch? Die Waffen können wir noch verteilen. Die Pfeile. Okay. So. Passt auf, wohin ihr tretet. Daher kommen noch mehr Wölfe. Oh, Kelet. Und das? Ein Amulett? Cool. War, ich glaube, Kelet sollte jetzt lieber mal in die Richtung gehen. Ach, er ist überladen. Ah, völlig überladen wahrscheinlich, genau. Was ist denn so schwer hier? Okay, Pfeile. Die Ringe. Kelet. Kannst du Minz so ein paar Sachen drüber geben. Was ist denn hier so schwer? Wahrscheinlich die Rüstung. Und diese super Axt. Ja, schon besser. So, was war das da oben noch? Trouble? Yes? Ähm. Liegen noch Leichen rum, genau. Äh? So. Gibt's ja mal los? Was habt ihr dieses Mal für mich? Ja, ich kümmere mich gleich drum. So, wir haben die Quest mit... Oh, nein. Was ist denn das? Oh, verdammt. Können wir die Karte hier verlassen? Ja. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Karte. Die ist ganz heftig. Ja, was wollt ihr? Bin euch weit voraus, Chef. Das ist eine ganz eklige Karte hier. Es reicht mir. So, wir gehen erstmal zurück ins Lager natürlich. Was in the hells are you doing here? Ach, wir haben es geschafft. Was? Donnerschlag? Was zur Hölle macht ihr hier? Äh. Okay, wir sollen uns erstmal in Ruhe lassen. Ich werde nicht lange hier sein. Ich brauche einige Vorräte, bevor ich mit der Suche nach den Höhlen beginne, die Unterdrachten sperr führen sollen. Wir werden schnell über das. Je schneller die Siege ist vorbei, je schneller ich zurück in Baldur's Gate und meine Familie komme. Und das kann nicht weit genug passieren. Ja, ja. Ja, ja. Wir müssen uns aber erstmal jetzt erholen von der ekligen Karte da. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ja, das war wirklich eklig. Viele eklige Kämpfe dort in der Gegend. So, bis hierher. Wir haben es geschafft ins Lager. Und wir können zwei Questen voranbringen für Nira und die Heilung und für die Heilung der Kranken im Lager. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Euer Mondtor. Ich kümmere mich wieder. Ich kümmere mich auch bei dir. Ich kümmere mich gleich dem... Ich kümmere mich auch bei meinem Willen